Servus Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von The Walking Dead. Gut, diesmal müssen wir mit Nick reden, weil er ganze Zeit herumheult. Wie ein kleines Mädchen. Danke viel, dass mich da oben drücken. Ich bin sicher, dass sie mich gerade jetzt sprechen. Schau, er ist ein Gefahr für die Gruppe. Schön, ihr wird das hier. Wer war dieser Mann? Ich schaue. Es sah wie, dass er euch da oben drücken würde. Ich schaue, er war mit Carver. Er sah nett. Verdammt, wenn Alvin vor mir ist, dann nimmt er diesen Schuss. Was ein verdammter Schuss. Vielleicht habe ich es verloren. Ich weiß es nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Welche Zeit ist es denn? Er hat keine Ruhe. Was ist falsch? Ich lasse meine Beine zurück in der Kabinie. Er hat es mir gepackt. Er hat es mir gegeben. Das ist alles, ich habe leften. Du weißt was, ich gehe mit ihnen reden. Look, ich bekomme eine Inter-Gruppe. Er ist zu cool. Seine Invitation hat mitgefallen. Ja, Clementine, zuerst mal den Türknopf vorglühen. Moment, ich muss nur kurz das einstellen. Nämlich den Timer, weißt. Damit ich weiß, wie lange die Episode geht. Ich will es ja nicht zu lang machen. Außer ihr wird es so. Aber ich schreibe sowieso nicht das in die Kommentare. Das ist ein Survival-Knife. Mit drei Jahren hat Clementine gelernt, mit einem Ninja-Schwert umzugehen. Tja, Clementine ist eben ein... He is a survivor. Ich will es. Das gehört ist am Fire. Wir machen das jetzt mal. Okay, das sind leere. Das ist leer. Machen wir das mal hier auf. Tja, zwei... Paar Bücher. Und zwei Kahn. Hat er das gerochen, Alter? Man, nicht, dass wir ein Bett hatten. Schau an diese Dumpf. Schau an die Gesicht, Bitch. Ich glaube, du hast Essen. Man, fuck, Nick. Nick hat viele Leute verloren, das ist sicher. Aber das hat ihm nicht gewusst, um zu versuchen, zu schießen. Er hat versucht, uns zu helfen. Ja, und jemanden sterben. Ich bin kein Judag, aber das ist ein Verbrechen in meinem Buch. Ich meine, du kennst dich jemanden, wie das so tun? Ah. In der Wahrheit, ja. Was hat sich passiert? Eine Frau in unserer Gruppe. Sie hat sie sterben, und dann hat sie diese andere Frau. Damn. Was hast du? Mein Freund hat uns verabschiedet. Und dann hat sie unser Auto verabschiedet und hat uns verlassen. Das ist lustig. Sie sieht nur wie du. Hey, Sven. Es gibt nicht viel Essen hier, und Rebecca... Well, sie ist für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns halten? Ich liebe es sogar sagen, aber... Und ich würde nie gehen gegen die Gruppe. Aber ich muss Bec und die Baby erst stellen. Du verstehst, richtig? Die ganze Gruppe sollte entscheiden. Ich weiß, du bist richtig. Es ist so schwer gerade jetzt. Es ist ein Schade. Nick war ein guter Typ. Nick ist ein guter Typ. Er ist nur ein guter Typ. Gott weiß, wir sind nicht perfekt. Apple-Bottet-Jeans. Schau mit dem Furr. Furr. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Walker. Oh, sexy Jogginghosen. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier eine Situation. Okay, wir gehen. Was ist mit ihm? Schau, ich gucke doch mal innen. Er ist hängen geblieben. Well, was sind wir warten? Wir müssen bemerksam. Wir müssen bemerksam. Wir sind auf der Straße für fünf Tage. Meine Beine ist fertig, bemerksam. Es sieht nicht aus wie jemanden ist. Verdammt. Jetzt runter. Oh, lol. Wieso gibt man Nick die Waffe, wenn der Typ eh auf alles ballert, was man nun sieht? Well, es wäre gut zu wissen, ob jemand tatsächlich da ist. Ich könnte wahrscheinlich eine bessere Sicht von oben. Du hast einen einfacher Zeit, da zu hoch zu hoch. Du fühlst dich, zu schauen? Es wäre einfach wie ein Triebhaus. Ja, nur ein wirklich talles Triebhaus. Ich hatte mal ein Triebhaus. Nun, da bist du. Geh. Hä? Ich hasse es. Oh. Also wenn ich mich jetzt gleich vor allem hier einfach ausziehen will. Ja, wenn ich nochmal dann aufbauenze. Ich habe eine gute Beine. Ja. Als ich ein Kind war, wir haben uns aufbauen, aufbauen. Das war lustig. Das ist eine dumm. Ja. Ja. Ja, das war. Der Trick war nicht zu schauen, aber. Oh, 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 du bist gut. 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 Ich weiß, ich bin gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Ich sehe eine Sache. Was ist es? Ein Lichter. Du bist gut. Aber in's ist eine andere. Luke! Luke! Luke? Luke! Luke! You look like a fucking thief. Everyone calm down. Hey man, you calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, whoa, whoa. Please, just do what he says. Kenny! Wait, you know this guy? Clementine? Yeah, of course, Kenny. The other option would be just not reality. I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. I'm Mexican. I will see something for you. Yeah, that's not bad. Lazartronic. Okay. Kenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. Yeah. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hill. The hill. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guest here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny. Will you vouch for these people, Clamp? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey. Hey, we're cool. We're cool. They're cool. Also, yeah. Dad, look. A Christmas tree. What now, Sarah? Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. I can give you very good tactical support. Yeah, I was a bit narcissistic. Good. If you all follow me, I'll show you where you can sleep. Und sie gibt natürlich gleich wieder den Support. Interesting. Let the flamme Kenny. Natürlich meine den Kamin. Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh shit, I didn't mean to. It's just hard not to think about it, you know? Huh. I got him killed. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. Lee and I had our differences, that's for sure. But when my son, well, he took care of him. I'll never forget that. Yeah. So, where'd you end up? Huh. I was with Krista and Omid. Omid? Well, Krista and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Oh. Sounds like it ain't been easy for you. Only there didn't count. I wish I could have found you sooner. But everything's gonna be fine now. Well, where have you been? Oh hell. All over after Savannah. How did you get out of there? For some reason I tried to save that fucking shit bird, Ben. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid, but I got out. Long story short. I got lucky. Real lucky. Hm. It's been a long time alone after that. It, uh... Is she grad eingeschlafen? And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? He's still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Oh. Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We've got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Yeah. Clem, why don't you help Walt with dinner? Sure. I'll help him. Hey, Clementine. Are you ready enough? Yeah. Thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? So how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. It's a long story. What did you do? Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. Hm. I managed just fine. Now you really do sound like one of my students. Hm. And you sound like a teacher. I'll take that as a compliment, thank you. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Looks great. It looks like mush. No, it doesn't. Hm. Hm, hm, hm. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. A friendly critic. Hm. Striking resemblance. Anyway, I'll take it from here. Tja. Geht halt ab. Look around the lodge. Oh, good, my friend. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, dass du dir alles gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten. Adios. Amigas. Hey.